Dicker, ich hatte gestern einen krassen Tag. Ich hatte 16 Kills. Ich hatte 25 Kills. Direkt in der ersten Runde sogar. Stark. Richtig stark. Süß. Ich hatte 36 Kills. Seit wann redet der? Hey, ich muss dich doch jetzt wohl nicht ermahnen. Sonst redest du doch auch nie. Doch, ich rede schon. Nur nicht mit ihnen. Holland, hops genommen. Aber jetzt sag mal an, in welchem Spiel hast du angeblich 36 Kills? Was für Spiel? Ich spiel keine Spiele. Was? Oh, nein, 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 nein. Run! Run!